Ja, Leute, willkommen zu einem neuen Live-Kommentary heute mit Styler Room, Black Reapers, ups, xxtreetsmichy229 und LarsGoldfisch, ich muss es mir ausversehen, irgendwie habe ich die zwei gemutet, was ich gar nicht wollte. Könnt ihr mich retten, bitte? Hey, Leute, helft mir, helft mir, LarsGoldfisch belebt sie wieder. Yes, hey, sehr schön, danke schön, dass du mich wiederbelebt hast. So, Leute, die Grafik ist natürlich jetzt nicht optimal, es ist viel versporn, aber ich werde trotzdem dieses Commentary für euch machen. Und ja, wir lassen da auf jeden Fall die Leute, mit denen haben wir jetzt richtig viel Spaß, bin jetzt gerade im CIA-Team, müssen gegen die CDS-Kern 5 die Oma abknallen. Die Oma, die will, die ist widerstandsfähig hier. Oh, da springt ja, oh scheiße, Leute, da springt der oben. Aber ich glaube, ich habe genug Money für ein Ding. Genug Money für eine Kiste. Oh, Hedge-Shop ist Olympia, Alter. Ja, Olympia ist halt eh die Beste. Da ist wirklich... Yes, so sieht es aus, Leute, ich habe die FAL eingepackt. Leute, die brennt nach hinten. Ich muss alle ins Haus ein, alle ins Haus ein. Ich hole noch eine Kiste, wo ich mir erst mal für Juggernaut. Machst du eine Juggernaut? Das habe ich noch nie gesehen, Leute. Ob eine Juggernaut geht für mich gar nicht. Ja, ehrlich. Ich brauche Rassen, Michi. Gut, lass die Notfall einsetzen. Ja, ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ja, ja, ja. Und M91, so wie die Anfassbar 1. Ach, nur die Anfassbar 1, was... So, jetzt fangen wir auch mal was aneigen. Geben wir mal auf die Jagd nach den Leiden Zombies. Wow. Die Gärtnerin, die würde ich schliessen. Ich muss die Barriere machen. Was willst du mich messern? Hau ab. So, lassen wir die Zombies mal bluten. Was ist das für eine Waffe, die... Die F-A-L, die ist ja richtig drin. Freundesliste. Kann ich mir schon eine Kiste holen? Ach, ich kann mir noch keine Kiste holen, oder? Nicht F. F-F ist... ...Freundschaft. Nicht F-F. Nein, keine F-F. F-L. F-L ist... ...liegorene F-F halt. Ach, das ist nur eine Anfrage. Was für F-F, Junge? F-L. Junge, die lachen unterlaut. Junge F-F heißt Freundschaft. Und er hat dir keine F-F-F-F-F-F geschenkt. Oh, Leute, ich... Hey, Lars Rolfisch. Lars Rolfisch, bei Michi 2 2 9, ich brauche Hilfe. Okay, ja, ja. Der Michi 2 2 9 hilft mir. Belebt mich wieder sehr gut von dir. So, Leute, jetzt müssen wir mal unsere F-A-L nachladen. Hab ja genug Position dabei, um die ganze... Um die ganze Herde, die ganze Farm auszudaschen. Schau mal, Alter. Warum hast du keiner? Hier ist... So. Ich brauch noch ein paar Punkte. Weil ich brauch noch ein paar Punkte, weil ich brauch Dings, wo es hier heißt. Er hat was gegen mich geworfen. Ich hoffe, sie kann nicht weg. Ich hoffe, sie kann nicht weg. Ich will auch so schon in der Augen. Hey, Lars, die beschützen mich. Playboy. Reparieren Sie die Barriere. Ja, das ist ja verständlich, Leute. Machen wir auf jeden Fall. So, Barriere ist repariert. Ah, der hat sich da oben verkämmt. Ach, 3.000 für die Cola. Ich mein, wir sind viel Geld, damit ich... Ich mein, ich rufe kurz an der Küche etwas. YouTuber, komm mal, welche Waffe ich habe. Warte, ich komme. Neh mal die Waffe. Ich komme nicht durch. Du hast die Messer an. Ich habe jetzt die Güte. Oh, Junge. Hau rein. Ich habe jetzt die Güte. Warte, ich nehme die Waffe. Junge, irgendwie heißt. Ich komme nicht an die Waffe, Leute. Warum heißt es nur so... komische Waffen? Ich starbe, Leute. Und das Goldfisch geht sehr down. Lass, Goldfisch. Kein Problem, ich helft ihr. Sorry, meine Freunde. So, seine Freunde. Nuke. Meine Freunde. Lass, Goldfisch, ich komme. Du kannst das. Du kommst, danke, sauber, lass. Du frisst das Adrenalin. Ja, so lange kein Zombie mehr. Das ist doch richtig lange nicht mehr. Zombie auch nicht. Auch lange nicht mehr überzeugt, jetzt. Jo, ich denke, wir werden das Video jetzt beenden. Das war so ein kleines Commentary mit den ganzen Leuten da drin. Styler Room, Black Reapers, XX2Ready, Michi229, YouTube Gamescom und Lass, Goldfisch. Bis dann, ciao.